Gut, gut, dann, ah, ja, okay, noch mehr, da sind doch bestimmt noch welche im Wasser, ja, wusste ich es doch, gut, 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 dann, ich brauche Erfahrung, danke, aber der da oben, der bringt viel mehr als das kleine Vieh hier, das ist total unfair, mhm, 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 ja, ich wurde getroffen, mach mal so, okay, aber ich habe mich zu oft treffen lassen, glaube ich, aber immerhin habe ich ein bisschen Erfahrung für die Waffe bekommen, aber für die falsche, Moment, welche habe ich denn, nein, Leute, ich habe aus Versehen die Nemesis aufgelabelt, jetzt habe ich wieder Gummienten, toll, ich wollte das eigentlich in die Rakete reinbringen, ah, scheiße, Moment, ich rüste die Nemesis auf, falls ich getroffen werde, kann ich dann, mich da, äh, was, zum, wo muss ich überhaupt hin, muss ich da wieder runter, ist da noch was, nein, sieht nicht so aus, okay, dann gehe ich mal hier lang, äh, Feuerfledermäuse, noch mehr Feuerfledermäuse, noch mehr, hallo, wie viel kommen denn da, aber Lebensenergie, das sehe ich gerne und ich kann mittlerweile, glaube ich, doch mit dem Booster umgehen, sonst käme ich hier nicht durch, ich glaube, hier kommen unendlich viele, wie soll ich denn an diese Raketen rankommen, was, ach so, das war der Wimps, ich habe gerade gedacht, die Flägermaus wäre gestorben, weil sie in die Stachen geflogen ist, ha, 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 aua, nein, ich habe natürlich nicht die Nemesis ausgerüstet gehabt, was zum, hallo, ernsthaft, so, ja, natürlich reicht es nicht für ein Level ab, war ja klar, okay, dann, nein, nicht in die, nein, ich sagte nicht in die Lava, oh Gott, so, dann hat man da noch ein bisschen Lebensenergie und da oben war noch ein, da waren noch zwei sogar, cool, gut, dann mache ich erst mal, nein, du, lass mich in Ruhe, ich kann auch natürlich auch nur noch die Hälfte aufsammeln, das ist alles ein wenig blöd, hier nutze ich die Rakete, damit ich auf jeden Fall auch nicht das am, ah, Gott, hab ich das nicht, was, ich habe die Flägermaus nicht gesehen, oh Gott, lass mich in Ruhe, mein Gott, meine Güte, was soll denn das, oh, ich glaube, ich stelle mich gerade einfach nur total blöd an, ja, genau, ich stelle mich blöd an, ich fliege voll in die Stacheln rein, hm, hm, was, 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 oh Gott, ein Lebenspunkt noch, gib mir das, bitte, danke, ähm, hm, ein Treffer noch und ich bin Geschichte, ähm, und, ja, verdammten, wenn die Fledermäuse nicht wären, dann wäre es noch ein bisschen einfacher, aber, Moment, vielleicht kann ich mich hier auf, laden, aber das wäre ziemlich langweilig für euch, wenn ich jetzt hier auf die ganzen Fledermäuse warten würde und jedes Mal schießen würde und auf Herzen und Energie hoffen würde, ähm, soll ich das auf Screen machen, eben hier mich jetzt ein bisschen aufladen, oder soll ich weiter, ich mach weiter, wenn ich dann sterbe, ich werd garantiert, sterb, wow, 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 ich dachte, ich würde sterben, hm, äh, was, was, oh Gott, ja, egal, scheiß auf das Herz, Leute, ich glaube, ich habe mir etwas ziemlich Blödes eingebrockt, ich hätte einfach das normale Ende nehmen sollen, hm, okay, wunderbar, ich dachte, wie viel schwerer kann das denn hier sein, so, ich wusste, das ist eine geheime Höhle, gilt sich, ich dachte eigentlich, ich müsste erst die normale Höhle machen und dann das hier, ein roter Dämon, nein, oh nein, ich bin aus Versehen nach links gegangen, alles klar, dann habe ich wenigstens wieder volles Leben, fangen wir doch mal von vorne an, ja, weil es so viel Spaß macht, aber es macht wirklich Spaß, es ist jetzt endlich mal ein bisschen was, was ich nicht kenne, wo ich mich konzentrieren muss und das finde ich gut, das finde ich sehr gut, das macht Spaß, so, und man sieht auch, ich werde langsam, ich wollte gerade sagen, ich werde langsam besser, aber ich habe mich doch treffen lassen, egal, ich werde trotzdem besser, denn ich lerne so langsam, wie ich, hallo, ich wollte gerade sagen, ich lerne so langsam, wie ich diese engen Passagen navigieren kann mit dem Booster, und dann hintergehst du mich, Quote, nein, nein, das nehme ich dir übel, so, einmal hier lang, und du, fühlst mich nicht, ihr kriegt mich auch nicht, so, und jetzt stellt euch vor, ich würde das hier ohne Spur and Nemesis machen, ja, hallelujah, nur mit Polarstern, hier so ein bisschen, bam, bam, oh Gott, ich will es mir gar nicht vorstellen, so, drei auf einen Streich, auch gut, das mache ich direkt mit dem Raketenwerfer kaputt, dann kann ich, das ist auch nicht falsch einsammeln, du Mistvieh, friss Raketen, so, jetzt diesmal, benutze ich das hier, nein, Moment, wie soll ich das machen, okay, ich scheiße auf das Ding, ich nehme hier sowieso schon zu viel, zu viel Schaden, okay, Leute, ich lasse mich einfach töten, das hat keinen Zweck, oh Gott, worauf habe ich mich da eingelassen, Leute, ich dachte eigentlich, ich könnte das heute zu Ende spielen, Cave Story, um dann nächstes Wochenende mit einem neuen Projekt anzufangen, aber, ähm, ja, wie ihr sehen könnt, das wird vielleicht nichts, aber ich kann ja auch schon mal ein bisschen erzählen, obwohl, soll ich das lieber bei den Credits machen, hm, ich weiß ja nicht, hm, auf jeden Fall, ich kann so viel verraten, ich werde zwei Projekte machen, gleichzeitig, und zwar eines, äh, was eigentlich die Hälfte meiner Abonnenten von den fünf, die ich jetzt habe, äh, wollten, dass ich das weitermache, und ich denke mal, die Deteneben können sich dann schon denken, welches Spiel das sein wird, und da ich das Spiel schon kenne, aber gerne auch mal was Blind Let's Playen würde, habe ich mir gedacht, mache ich zwei Projekte, und, ja, das Blinde wird dann irgendetwas anderes sein, das verrate ich jetzt aber noch nicht, so, diesmal komme ich hier durch, oh Gott, oh Gott, aber gut, 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 ich werde besser, ich traue dem nicht, ich glaube, da ist noch einer drin, ja, ich hatte sowas von recht, danke Feuerball, so, rüber, ha, du kommst da nicht raus, haha, das herzt du mir nicht, wir kommen da echt nicht dran, oder, was soll denn das, mh, aber immerhin, so, ihr sterbt auch, bevor ihr mich treffen könnt, gut, 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 diesmal läuft es, ein wenig besser, ein wenig, wenig besser, so, so, gut, 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 ähm, direkt mal die andere Waffe auswählen, und, Moment, kann ich das, vielleicht, ja, ja, Level up, Level down, Level up, toll, na, na, was soll's, ich mach einfach weiter, denn, ah, was, oh, nein, das war ziemlich doof, da rein zu springen, okay, ich muss mich jetzt wirklich ein wenig konzentrieren, damit ich hier nicht die ganze Zeit sterbe, und, dann werde ich mich gleich bei den Pflegermäusen aufladen, das Ganze auf screen machen, denn sonst hab ich, glaub ich, keine Chance, hier durchzukommen, Aua, hallo, geht's noch, was soll denn der Mist, ja, gut, da kann ich nicht dran, ähm, dann, muss ich hier, irgendwie, du kriegst mich nicht, so, hallo, krieg ich auch Erfahrung dafür, nö, ne, nein, wozu, oh Gott, das war knapp, gut zu den Erfahrungen, das, braucht man doch nicht, die schwachen Waffen sind, sind doch in Ordnung, nö, okay, das Problem ist, ich kann, hier drüber, über den festen, den nicht so richtig boosten, zur Seite, deswegen muss ich immer, in die Lava rein springen, dann ist die Gefahr natürlich groß, dass ich dann, äh, zu spät den Booster aktiviere, und voll in die Lava rein fliege, oder in solche Stacheln, na, hm, 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 oh Mann, oh, oh, du sollst nach oben fliegen, ja Leute, das kann spaßig werden, he, jetzt kommt wahrscheinlich gleich, ziemlich viel Frustration auf, oh, ja, schwarzer Wind, bla,